doch nicht so schwierig sind heute kann man hier verrecken ich wollte jetzt mal gucken wie viel ich habe drei das heißt ich kann wieder investieren aber hier sehr nützlich nur sehr nützlich finde ich auch ja warum denn eigentlich nicht wie habe ich das geschafft das jetzt so ach da sind wir hingeschwommen das ist natürlich sehr praktisch dass ich dann da jetzt hin kann sooo was soll das denn jetzt hier alles andere ist schön weil wir müssen nicht kämpfen nur doch warnung sumpfzahn das galo müssen natürlich kämpfen wenn ich aktiviere das mal hier oder aktivierst du das erst mal erst mal gegner prüllen so wie sie das jetzt machen ich glaube sie macht das ne ja ok ich lieg am buden lassen wir hier stehen genial der nächste hat super funktioniert ja danke schön wie heißt du ich erwähne dich jetzt du heißt brillian und hast mir geholfen das finde ich doch sehr stark von dir ich glaube da war noch jemand anderes dieser hier hinten dieser ach jetzt werde ich eingegrafen macht aber nichts jetzt die e-mails angekommen ich habe hier noch dinge zu erhalten so eine wasse die halt ganz gut fahren oder mir nicht vorhin noch als gut angezeigt ist genau dieselbe für die verarsche so aber das ist hier eine zweihändige der war gar nicht so ich will hier erstmal an land da wo hier dinge es auch hingeht hier da wo nämlich kein gegner ist aber natürlich einer hinrennt oh mein nein wie gemein rennt natürlich genau das ist immer eine hygiene gesterben für den faux pas ich will hier sachen verkaufen na sowas wie zwiebel zum beispiel äh was ist denn quatsch sofort verkaufen na schließen so ein dreizack bau ich nicht und das ja auch nicht jetzt haben wir schon ein gold zum abholen müssen wir langsam auch mal machen ne okay das war doch der schlechte oder der gilt derselbe eher nicht der schlechte so das ist ja wir haben ja zweihandwaffe da brauchen wir keine keine dinger hier das brauchen wir auch nicht wut wut nächste e-mail gut ja hier wird es dann so sein wir sind level 24 level 25 ja dann könnten wir theoretisch das mal angehen ne oh gott jetzt hast du mich gesehen ne nein ja ich kann es halt mit mehreren Gegner gleichzeitig zu kämpfen also ich kann es wirklich aber es ist halt sehr knapp äh hier ich hoffe mal nicht dass da oben noch ich hoffe mal wirklich nicht dass hier oben noch was ist also ich weiß dass da oben so ein mega fieses event ist aber ich hoffe mal nicht dass da oben oh nein ich glaube das gehört das teil nicht zu diesem event dankeschön die jene ist so freundlich bis euch anzuleiten aber dann gehe ich da noch nicht hin glaube ich oder will ich euch jetzt mal verrecken man aber wenn halt das event gerade nicht ist dann kann ich jetzt glaube ich dann kann ich jetzt glaube ich machen ohne gestört zu werden von den ganzen event gegnern so dringend in das hauptquartier der flammen legt ein und sabotiert ist so wir sollen wir sabotieren oh da ist auch noch so ein aussichtspunkt da ist dieses portal das ist sogar offen so jetzt sollen wir das einerseits sabotieren andererseits ist hier noch ein aussichtspunkt das ist natürlich auch super damit ich einfach wissen wo das ding ist und wo ich es sabotieren soll aber wie es aussieht kann ich das echt nur machen wenn das event wenn das event gerade da ist weil ansonsten hier nämlich nichts los ist da ist der aussichtspunkt da gehe ich jetzt mal hin doch hier ist aber was hier sind aber schon ein paar gegner flammenlegionen gedöns und das ist portal wo muss das teil hier und jetzt und ich kann auch nicht durch das portal durch oder kann ich da durch ich kann da durch aber das ist jetzt ähm ach so ne da oben da oben wird mir angezeigt ach so weil ich jetzt hier drin flammt äh ich weiß gar nicht ist das äh mein Gott na das ist ja nett hier nochmal rein da sind da so Punkte die ich mir ja auch noch holen muss also irgendwie muss ich da hin äh das gehört ja zum event mit hier was da gerade abläuft aber ich hab da ja auch noch so Sachen so Punkte und ich komm da ja anders nicht wirklich hin oder kann ich da irgendwie ach doch natürlich komm ich da anders hin aber die ganzen Sachen sind draußen das ist genau da ist ja noch so eine Statue und äh da oben drauf ist glaube ich auch der Aussichtspunkt und ist da noch was außer Aussichtspunkt und Dingens ne also muss ich da ja also ich kann mich da hin teleportieren aber ich darf da nicht rein und mich töten lassen vor allen Dingen das nicht und dann hab ich schon mal das und alles andere hier muss ich mal gucken weil hier kein Flammenlegionsheini ist so darf ich das Tor benutzen darf ich genau hier draußen ist nämlich einmal die Wegpunktmarke warum ist da so ein komisches so ein komisches Sternchen ich verstehe mal nicht was das ist was bedeutet das dass es da so ein Sternchen ist und da oben ist der Aussichtspunkt so wie war das nochmal da hoch zu kommen da musste man doch glaube ich in der Statue so entlang springen oder nicht aber vielleicht am besten von der anderen Seite ja von der anderen Seite würde es vielleicht gehen da musste man so an der Seite glaube ich entlang springen dann kann man da irgendwie hoch oder nicht oder muss man da doch nicht an der Seite lang springen ich guck erst mal hinten doch das muss ja an der Seite vorne sein äh jaaa und dann ja aber wie hoch ja ich würde mich gerne mal fragen wie ich da hochkomme ja da nicht ist dir jetzt runtergefallen da eine jetzt packe ich hier so rum wie ist der da so hoch gekommen ah verdammt wie komme ich da jetzt hoch wie geht das nochmal ich hätte das schon mal hinbekommen das weiß ich aber das war ja ewig her von hinten ist jemand gekommen andere Seite andere Seite vielleicht doch aber halt aber halt äh so an der Seite vielleicht ja hier Hallöchen ja aber warum zum Teufel ach vielleicht hier auf diesen Stein die ich dann hier so hoch ja ja okay dann doch nicht an der Seite lang so ich dachte das müsste man ja ansehen so dann ins Wasser springen fast sterben gut aber wir haben es was wir aber nicht haben ist immer noch diese eine Quest da ja Quest das sind aber nicht eigentlich keine Quests aber ich sag da jetzt einfach mal wenn ich dazu Quest sage dann ist es so ähm dann äh ja 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 Vielen Dank.